Wang Hoho beschreibt sich selbst als Shopaholic und hunderttausende junge Chinesen folgen ihr auf ihrem Modeblog, in dem sie einen Einblick gibt in den glamourösen Lifestyle von Shanghai. Die 21-Jährige hat englische Literatur in den USA studiert und ist im vergangenen Jahr aus dem Nichts zur Internetberühmtheit aufgestiegen. Ein Multimilliarden-Euro-Markt, dessen Wert rapide ansteigt. Ich finde, so eine interessante Sache, die ich tragen würde, dann mache ich ein paar schräge Fotos davon und poste sie in meinem Blog. Und die Leute gehen los und kaufen das. Wang Hoho ist eines der Vorbilder für die Studenten dieser Hochschule nahe Shanghai. Hier gibt es mit dem Studiengang Modeln und Etikette akademische Unterstützung für den Weg zum Online-Ruhm. Als ich jung war, habe ich davon geträumt, berühmt zu werden. Von dem Gefühl, dass mich viele Menschen unterstützen, Fans von mir sind. Und jetzt, wo ich hier studiere und Model geworden bin, könnte das wahr werden. Selbst in der Mittagspause wird hier in der Karriere gearbeitet. Statt zu essen wird live mit Fans gechattet. Bei 700 Millionen Internetnutzern in China finden sich schnell noch ein paar neue Follower. Ausatmen. Untertitelung des ZDF, 2020